alle leute habt ihr euch schon mal gefragt warum dieser bogen existiert dann holt euch einfach hier hier wir haben einmal ein flammenbogen ein explosiven bogen ein eisbogen ein teleportenboden und potato und shotgun bogen das ist viel besser als das normale flambo da kann man zielen bei feiern natürlich kann man schießen der bogen brennt wie geil und jetzt der explosive bogen ist viel viel besser als diesen karten und hier der eisbogen ihr könnt euch damit einen weg bauen es ist wirklich cool und hier der teleporting bogen ich glaube ich weil ihr weiß worum es so heißt teleporting ist wirklich ganz leicht über über sachen zu teleportieren zum beispiel oh no hier ist lava ich will das hin wie soll ich reingehen einfach ganz simpel einfach holt euch den teleporten und jetzt der letzte und fast der beste wenn ihr mal essen braucht dann in dort den potaten es regnet potatos das war's auch mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst eine kleine bewerbung